Hi zusammen! Wir beide machen heute mit, also falls ihr ihn nicht kennt, das ist mein großer Bruder Marc. Wir machen mit bei den 50 Random Facts About Me Tag, nur mit dem Unterschied. Dass ich 25 Fakten über meine Schwester aufzähle und meine Schwester 25 Fakten über mich aufzählt. Und der Clou ist, dass ich nicht weiß, was er über mich erzählen wird in diesem Video und er weiß nicht, was ich über ihn erzählen werde. Und ich bin sehr gespannt und wünsche euch viel Spaß! Marc ist leidenschaftlicher Gamer und das schon immer. Und das wusste ich schon vorher, aber hat sich da hinterher entpuppt, dass meine Schwester sehr am Video- und Fotogen ist. Findest du? Ja, voll! Ich finde, ich bin weder Fotogen noch erst recht nicht Video-Gehen. Also, wenn ihr das jetzt hört, unten schön posten und ihr das mal austreiben. Marc spuckt oft beim Reden. Gar nicht wahr! Er ist doch erlebisch und so oft mit einem Reden so richtig Bang ins Gesicht. Aber auch nur, wenn ich konzentriert und irgendwas erzählen möchte, was total spannend ist. Ja, auf jeden Fall hat er mich schon unzählige Male beim Reden angesabbert in my face. Und ja, das ist einfach, das ist Fakt! Seid froh, dass das YouTube-Video ist. Genau, sonst würdet ihr jetzt nass werden. Christy ist erfolgreich und bekannt. Dadurch halt, was sie hier bei YouTube so macht. Wird dann in der Straße erkannt, ne? Ist doch so, ne? In Dortmund wird sie erkannt und so, Leute. Ja, jetzt nicht so exzessiv, aber kommt schon mal vor, ja. Ja, aber ich auch schon mal, ein, zwei Mal, aber ist egal. Marc, und jetzt haltet euch fest, Marc war Tanzlehrer. Und er war sogar ein sehr guter Tanzlehrer. Ich war auch in seiner Tanzgruppe und das war eine ziemlich coole Zeit. Christy ist sehr selbstkritisch. Ja, oh mein Gott, ja. Sie ist sehr selbstkritisch und muss echt, wenn man wie ihr zusammen sagt, doch, das ist in Ordnung so. Ich denke halt viel über Dinge nach. Zu viel. Das ist auch gut. Marc hört gerne, ich weiß nicht, ob es aktuell noch so ist, aber er hat eigentlich immer gerne Boyband-Schnulz-Musik gehört. Äh, ne, 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 ne. Ja, 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 stimmt schon, aber jetzt nicht mehr. Ich gehörte zu den 5% Backstreet-Boys-Fans männlich. Nicht nur das. Nicht nur Backstreet-Boys-Fans. Insync. Nicht nur Insync. Westlife, Boyzone. Also der richtige, der richtige Hardcore-Schnulzen-Shit sozusagen. Sie ist natürlich dadurch, dass sie auch Videogen und Fotogen auch sehr hübsch, was sie von mir hat. Willst du? Ja, zuerst, zuerst Oui und dann Oui. Marc muss immer recht haben, er diskutiert sehr gerne und sehr hart. Nein, ist das nicht wahr. Ich habe mir erst immer... Ich habe mir erst immer... Das war noch nie so. Da sieht man es. Nie am Rücken. Das bezieht sich jetzt viel auf deinen YouTube-Dingang, die ersten paar. Ist viel unterwegs. Ich glaube auch nicht, dass sie so lange zuhause rumhocken kann, wie ich. Sie ist sehr, sehr viel unterwegs. Marc's Lieblingsklamottenmarke ist G-Star. Ja. Sie ist sehr, sehr lebendig. Sie ist kein ruhiger Typ. Da kennt man ja ruhige Mädchen, aufgeweckte Mädchen, lebendige Mädchen. Und sie gehört halt zu den lebendigen Mädchen. Sehr lebendigen. Was habe ich mir da aufgeschrieben, ey? Also Marc ist so einer, der hat irgendwie immer eine Frau, habe ich gemerkt. Also ich weiß nicht, der lernt... Wenn ich Single bin, bin ich Single. Aber der lernt ständig neue Frauen kennen. Sie liebt Filme und Serien. Ja. Ne? Ja. Habt ihr ja auch schon gesehen, die ganzen Videowände, die sie da hat. Die ganzen Film-Reviews und Tipps. Ein weiterer Fakt ist, was man auch merkt, aber im echten Leben ist es noch krasser, Marc redet viel zu schnell. Er redet so schnell, dass er sich beim Reden überschlägt. Das hat sich... Scatman, so. Das hat sich aber in den Jahren gebessert. Bleiben wir bei Videos, sie kann sehr gut Videos bearbeiten. Du, es sind echt alles so YouTube-Fakten über mich eher, ne? Ne, das geht noch. Okay. Geht gleich voll los. Ja, ich bin gespannt. Marc findet den Namen Magalie und Leon sehr schön. Hahaha. Siehste? Und ich denke, der wird eines Tages seine Kindersohnne. Magalie auf jeden Fall. Leon ist auch schon so Vergangenheit so ein bisschen. Ja, ich hab einmal... Sie ist vergeben. Marc's größte TV-Liebe ist... gewesen, also damals... Jennifer Lovell. Und zwar nicht in ihrer bekannten... Ich weiß, was du im letzten Sommer getan hast, sondern... Ich kannte sie schon vorher. Seit Sister Act 2, wo sie eigentlich mehr eine Statistenrolle war, ist eine Hauptrolle. Da hat er sich in sie unendlich verknallt. Und die Frau ist sogar Sängerin gewesen und er hat sogar alle Alben gekauft. Findest du die aktuell noch gut? Ja, die ist noch nicht. Die ist aber jetzt nichts Besonderes mehr. Du bist abgemagert, ne? Ja, das ist so... Chrissy ist ein offener Mensch. Ja. Ne? Koppelt sich ja mit dem Lebendigen auch irgendwo. Marc isst nicht, er frisst. Also er schaufelt sich das Essen richtig, richtig in Rekordzeit rein. Und das ist echt krass. Also ich kenne keinen Menschen, der schneller so viel isst wie mein Bruder. Kann gut tanzen. Hat sie von mir? Ja. Die ganzen guten Sachen habe ich von dir oder was? Ja, klar. Marc hatte als Lieblingskuscheltier... Jeder hat ja so ein All-Time-Lieblingskuscheltier, was er dann noch behält, wenn er erwachsen ist. Marc hatte als Lieblingskuscheltier Alvin von den Chipmars. Ehrgeizig? Ja, das will ich. Marc ist einer der wenigen Menschen, der mich nicht Chrissy nennt. Weil... Ab und zu. Ja, mittlerweile ab und zu. Und jetzt kommt... Sie kann sehr gut essen. Und damit meine ich nicht, dass sie weiß, wo es reinkommt, sondern... Ich glaube, du hast nicht viele Sachen, die du nicht gerne isst. Ja, ich mag fast alles. Sie probiert sehr gerne. Man kann mit ihr essen gehen und man braucht keine Angst haben. Ah, mag sie das überhaupt oder ist sie dagegen allergisch? Allergien hast du auch nicht gegen Essen, ne? Ähm... Lebensmittelempfindlichkeit, aber keine richtige Allergien. Keine Allergien richtig. Also mit ihr... Sie kann gut essen, das meine ich damit. Er war mal ein Skater als Teenager. Und ich fand das immer voll cool, weil dann nach der Schule hat er immer in der Stadt Mitte in dem Dorf, hat er immer so eine One-Man-Show gemacht mit seinem Skateboard. Da hat er die Rucksäcke von den Schülern genommen und in eine Reihe gestellt. Weißt du noch? Ja, ja, das weiß ich noch. Egal. Ich sprang er immer vor allen Leuten immer über diese Rucksäcke und es haben sich voll viele Leute immer gesammelt im Kreis um ihn herum und haben immer geguckt, wie er da seine Tricks macht. Und dann haben die immer geklatscht und ich stand in der Menge und dachte, hey, das ist mein Bruder. Interessiert sich halt sehr viel Kosmetik und Style, aber das brauche ich euch ja nicht zu erzählen. Eigentlich nicht. Mark hat mal in einer Videothek gearbeitet eine Zeit lang und er hat auch eine Zeit lang in der Videothek quasi gewohnt. Er hat in einem Schlafsack auf dem Videothekboden geschlafen. Hat einen Führerschein, kann aber kein Auto fahren. Ja, das stimmt. Wirklich ist es irgendwie so. Mein Gott. Ich habe Führerschein gemacht und dann irgendwie kam es irgendwie nicht so zustande, dass ich mir ein Auto leisten konnte oder von anderen Leuten die Autos irgendwie übungsweise fahren konnte. Das war nicht so gut. Das ist nicht gut, aber ich muss es mir wieder antrainieren. Aber ich fahre auch gerne mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Er mag keine Frauen, die in den Medien als besonders sexy gelten, à la Jennifer Lopez oder Megan Fox oder Beyonce, Rihanna, also die so mega sexy ist Woman's Life. Ich sehe schon, dass die sexy sind. Sie sind halt nicht mein Typ. Er mag eher so die unscheinbaren Frauen. Der nächste Fakt, das können wir eigentlich die meisten besonders, gut ich besonders, Chrissy kann nicht rülpsen. Ja, stimmt. Ich kann nicht rülpsen. Also absichtlich dieses, ich will es jetzt nicht vormachen. Das stimmt, ich kann wirklich nicht rülpsen. Deswegen muss ich eigentlich Getränke mit Kohlensäure meiden, weil sonst sammelt sich das alles und dann ist es so schmerzhaft und dann kommt es nur raus. In dem ich huste. Da liegt sie da... Er hat es vorgeschaut an, aber es ist wirklich so, ich kann nicht rülpsen. Er hat in der Mini-Playback-Show in der Grundschule das Lied gesungen. Together forever and ever to fall. Rick Ashley. Rick Ashley. Ich wusste das schon gar nicht mehr. Das hieß von Rick Ashley, together forever. Mit so einem Smoking und die Schulterpads waren viel zu breit. Ich muss noch kommen, wenn die die. Ich glaube von seinem Vater. Und meine Choreografie war die ganze... Die Choreografie war die ganze Zeit, zwei Schritte vor, zwei Schritte zurück. Zwei Schritte nach links und zwei Schritte nach rechts. Und das ist die ganze Zeit. Und dann ist er Tanzlehrer geworden. Und Chrissy schwimmt sehr gerne. Ja. Ne? Ja. Freizeit auch. Mark hat als Kind einen Legostein verschluckt. Wie der jetzt... Den Rest muss aber jetzt nicht ganz... Der Stein kam auch irgendwann raus. Also habe ich das Gefühl, ich wohne ja nicht mit Chrissy zusammen oder lebe mit ihr zusammen, aber ich habe das Gefühl, sie kann viele Gerichte von unserer Mutter kochen. Ne? Zumindest die, die wir mögen. Tosino kannst du machen, die Flüschungsrollen kannst du machen, die wir... Ne, kann ich nicht. Wo kommen die alle her? Ne, die... Mami bringt die immer. Und dann... Ach so! Als zu deinem Geburtstag wusste sie, dass sie das gebracht hat. Aber ich dachte, du kannst das generell auch, dachte ich. Ich kann... Ich finde schon, dass ich gut kochen kann, aber die Gerichte meiner Mutter eher nicht. Leider. Aber das lerne ich noch. Mark heißt mit Zweitnamen Arthur. Demnach heißt er Mark Arthur. Geht gerne shoppen. Wobei ich nicht weiß, ob alleine lieber oder... Die meisten Mädels, die ich kenne, die sagen, ich gehe gerne lieber alleine shoppen. Ja, ich gehe auch lieber alleine. Also ich kann effektiver alleine shoppen gehen. Ja, oder effektiver. Aber ich gehe auch gerne mit anderen, aber dann kann ich mich nicht so aufs Shoppen konzentrieren. Ja, kann ich nach Versehen. Erda, und darauf bin ich ziemlich stolz, hat in seiner Tätigkeit als Rettungsassistenten auch schon Kinder zur Welt gebracht. Im Wohnzimmer. Aber nicht seinen eigenen. Nee, nee. Mag Playstation 3? Generell Playstation 3? Ja, ich bin ein Playstation Kind. Genau. Hat halt nicht mehr so viel Zeit dafür. Mark war mal. Britney Spears Fan. Ja, doch. Kein gut. Das ist jetzt nicht so schön, fand ich. Ähm, Chrissy mag viele Jungs, Männertypischen Filme, Serien und Videogames. Also so die Girly-Serien oder Girly-Spiele. Nee, ich mag die ja genau. Die magst du nicht. Ich mag keine Girly- und Frauen-Serien, das stimmt. Genau, so Desperate Housewives oder so ein Zeug und so oder Grace Anatomy, das ist nicht dein Ding. Ja. Meine Mutter hatte mal, als er ein Baby war, einen Autounfall im Kleinen. Und er hat sich, ähm, und sie hatte einen Riesenschock, es ist niemandem Gott sei Dank was passiert. Und sie hatte einen Riesenschock und hat auf den Rücksitzel geguckt, ob bei Mark alles okay war, als er noch ein Baby war. Und Mark hat sich voll gefreut. Der hat den Autounfall irgendwie mit einer Achterbahn verwechselt. Hat ihm auf jeden Fall Spaß gemacht. Aha, hat Heuschlupfen wie ich? Ja. Ist das zu Zeit immer sehr schlimm? Nee, letztes Jahr war es nicht so schlimm, aber vorletztes Jahr, ach, meine Augen, ich sah jeden Tag aus wie so ein Ping-Pong-Ball-Gesicht. Wie so ein Baki. Lemuren. Lemuren, ja, ungefähr so. Er hatte als Kind einen riesigen Ballonkopf. Man müsste euch so vorstellen, großer Kopf, schmaler Körper und dann ist er immer so gelaufen. Weil er das Gleichgewicht von dem Riesenkopf, die ich halten könnte. Das erzählt der Dali immer. Das erzählt unser Vater immer, findet er voll lustig. Hat immer eine Cam dabei. Warum wohl? Max' Freunde haben auf der Party seines 17. Geburtstags den Garten meiner Eltern zerstört. Ja, wir waren irgendwie 70 Leute. Das war die geilste Party ever, glaube ich. Ja, schon. Geilste Privatparty. Aber der Garten meiner Eltern, die ganzen schönen Blumen waren nach hinten. Dahinten danach war es eine Wüste. Ja. Verträgt kaum Alkohol, auch wie ich. Das ist das Asiat-Ding, ne? Das ist so ein Asiat-Ding. Nicht verallgemeinert, aber... Man kann es, aber es ist wirklich so, ich habe es in der Ausbildung gelernt, Asiaten, denen fehlt ein Enzym zum Abbau von Alkohol. Man kann es antrenieren, natürlich. Es gibt Asiaten, die raufen wie ein Loch. Ja, ich glaube, man kann es nicht verallgemeinern. Aber auf mich trifft es zu. Ich vertrage nicht kein Alkohol. Dafür habe ich... Ein Tequila reicht für drei Stunden feiern. Dafür haben wir am Ende der Party mehr Geld. Genau, man spart Geld und es ist gesund. Und wir sind auf gleichem Level. Wir sind auf gleichem Level alle anderen und wir haben mehr Geld am Ende. Und der letzte Fakt über Marc, er ist... Brillenträger! Und sie hat einen krassen Bruder. Das war's. Guten Abend. So, und da dieses Video ein Tag-Video ist, wollen wir natürlich auch ein paar Leute taggen. Zu diesem Thema, genau. Und zwar tagge ich die Empathy25 und ihrem Freund, dass die auch jeweils 25 Fakten voneinander über sich nennen. Genauso wie die Beauty Dynamite und ihren Freund. Und ein anderes Geschwisterpaar hier auf YouTube, ein sehr bekanntes, das auch gerne Videos miteinander macht. Die Darum. Die kennst du auch, ne? Die Darum. Warum? Darum. Nein, doch, du hast mal... Du hast... Du kennst die. Wann nicht wahr. Wann nicht wahr. Wann nicht wahr. Die Darum und ihrem Bruder, dass die auch sich gegen 20, 25 Fakten übereinander an die Birne hauen. So wie wir. Ja. Okay. Okay, dies waren die 50 Fakten über uns, die wir uns gegenseitig an den Kopf geworfen haben. Jawohl. Und hier seht ihr, da kommt ihr zu meinem letzten Video. Da geht es dann wieder um Kosmetik. Und hier, Marc, zeig auch mal dahin. Da seht ihr mein letztes Fun-Video, wo es nicht um Schminke geht, sondern um alle anderen Sachen, die Spaß machen im Leben. Und ich habe eine Mitteilung für euch. Morgen wird ein Video von YTT online kommen, bei dem ich mit dabei bin. Und da habe ich echt einen Bammel vor, weil bitte, bitte, ihr müsst mich dann unten unter dem Video, wenn es online ist, es kommt auf dem Kanal Die Jungs. Ich verlinke euch den Kanal, wo das Video online kommen wird, in die Infobox. Ihr müsst mich bitte dann in den Kommentaren anfeuern, damit ich nicht da ganz alleine bin. Und yay, zeigt mir, dass ihr das Video gesehen habt. Und ich werde mir auf jeden Fall die Kommentare dann durchlesen. Und ja, mein nächstes Video kommt morgen schon. Und morgen gibt es ein Haul-Video, ein Einkaufstipp-Video mit Drogerie-Neuheiten. Ja, und ihr seht, wie spannend er das findet. Oh, voll. Total spannend. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle. Macht's gut. Ciao. Bye, bye.